Hallo und herzlich willkommen! Was sind Gitterfehler? Wie wirken sich Gitterfehler auf die Festigkeit aus? Welche Vor- und Nachteile haben Gitterfehler? Welche Anwendungen nutzen Gitterfehler gezielt aus? Dies und mehr werden wir euch in unseren Videos zeigen. Was sind Gitterfehler bzw. Gitterdefekte? Gute Frage! Wenn man Gitterfehler oder Gitterdefekte hört, denkt man automatisch an ein defektes Gitter. Zum Beispiel an einen defekten Gartenzaun. Logisch, es ist aber nicht richtig. Gitterfehler sind eine Störung der idealen Kristalllinie von Werkstoffen. Hier vor allen Dingen von Metallen. Aber alle solche Baufehler bewirken Verzerrungen im Kristallgitter und führen zu einer Erhöhung der Spannung im Gitter. Somit auch zur Erhöhung der Festigkeit des Werkstoffes. Festigkeit ist definiert als Widerstand gegen plastische Verformung und Bruch. Träger der plastischen Verformung bei Metallen sind Gitterfehler. Die plastische Verformung ist daher Inhalt eines eigenen Leerfilms. Fremdatome im Gitter sind Atome einer anderen Atomsorte, die durch Legieren in das Gitter hineingebracht werden. Solche Fremdatome sind einer der wichtigsten Gitterfehler in Kristallen. Fremdatome sind immer größer oder kleiner als die Matrixatome. Je nach Größe sitzen sie auf einem regulären Gitterplatz oder nehmen einen Raum zwischen den Gitteratomen ein. Einen sogenannten Zwischengitterplatz. Fremdatome auf regulären Gitterplätzen sind größer als die Matrixatome oder gleich groß. Die Einteilung der Gitterfehler erfolgt anhand der räumlichen Ausdehnung des Fehlergebietes. Man teilt die Gitterfehler üblicherweise in vier Arten ein. Zu den 0-dimensionalen Fehlern gehören Leerstellen, Substitutionsatome und eigene sowie fremde Zwischengitteratome. Zu den eindimensionalen Fehlern gehören Versetzungen. Zweidimensionale Fehler, auch bekannt als Flächenfehler, wie zum Beispiel Korngrenzen, Phasengrenzen, Zwillingsphasen und Stapelfehler. Dreidimensionale Fehler sind räumliche Fehler, wie zum Beispiel Lunker, Einschlüsse, Ausscheidungen, Risse und Poren. In den weiteren Videos werden jetzt die einzelnen Gitterfehler und ihre Wirkweise genau besprochen. Die Einteilung der Gitterfehler